Bei einem Arbeitstitel handelt es sich so meist um einen vorläufigen Filmtitel, Drehbuchtitel oder sonstiges Vergleichbares. Allerdings ist es sogar schon des Öfteren vorgekommen, dass ein zuvor gewählter Arbeitstitel tatsächlich auch den endgültigen Titel eines Films, Buchs etc. lieferte. Doch wo ist so sind Arbeitstitel gedacht? Wenn man jetzt einmal von Filmproduktionen ausgeht, dann sind diese, besonders wenn es sich dabei um riesige Filmproduktionsfirmen handelt, zahlreich. Solche Filmfirmen produzieren zu einer gewissen Zeit nicht nur immer einen Film, sondern sind eigentlich immer mit mehreren Filmprojekten gleichzeitig beschäftigt. Das bedeutet also, dass jedes dieser Projekte zunächst einmal irgendwie benannt werden muss, um letztlich nicht doch bei der Hülle und Fülle an Produktionen durcheinander zu kommen. Zumal neben vielen Filmen, die bereits gedreht werden und oder anderweitig in Arbeit sind, bereits schon wieder andere Produktionen vorbereitet werden. Nun kann man natürlich fragen, warum nicht gleich der reguläre Filmtitel benutzt wird. Das ist ganz einfach. Oft kommt man einfach erst während der Herstellungsphase auf den geeigneten Titel, der letztlich dann den passenden akkuraten Filmtitel bildet. Es sei denn, man hätte von einem Film bereits ein, zwei oder mehr Teile zuvor gedreht. Zum Beispiel wie bei der Horrorfilmreihe Shaki, von welcher es mittlerweile sieben Teile gibt. Dann kann es bei einem weiteren geplanten Film gut sein, dass als Arbeitstitel Shaki 8 benutzt würde, bis dann offiziell eine andere Filmtitel feststünde. Allerdings werden mitunter auch Arbeitstitel verwendet, die scheinbar so rein gar nichts mit dem zurzeit in Arbeit befindlichen Film zu tun haben, also quasi wie am Thema vorbei sind. Und dies geschieht nicht mal so selten, besonders auch dann, wenn man von vornherein weiß, dass ein Film bereits während der Produktionsphase und vor der Premiere generell auf hohes Interesse der Öffentlichkeit stoßen wird. Damit möchte man erreichen, dass keine unerwünschten Infos zum Filmprojekt während der Entstehungsphase bzw. vorseitig nach außen dringen. So wie Drehorte Cast etc. im Verborgenen bleiben können.